Hey Minecraft ist heute immer noch cool, man kann da halt so Mauern bauen, guck mal da habe ich verschiedene Mauern gebaut, dann macht man halt sowas wie boah, sowas hat bestimmt noch keiner gebaut und dann macht man halt so einen Kringel um den Berg und dann kann man halt so Blöcke setzen, das ist sehr witzig. Oh, schau mal da, baut da schon wieder was, ne Mauer, cool, und Wasser, da kann man reingehen und, ja was macht da jetzt, ach da baut da schon wieder was, man kann hier aber nicht nur bauen, sondern auch so dass es keiner sieht etwas bauen und, und guck mal, oh, ja das war schon, Spektakulär, also Minecraft ist heute immer noch cool, ihr faggot. Ach, schau mal da, da baut da wieder wieder, bla 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 bla, schau mal, ha ha ha.